hallo 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 im mero hier mit super diddle world die sandfestung das ist super mario brothers 3 musik erkenne ich doch sofort wo der geht zur seite der geht auch zur seite sag ich doch es war so durchschaubar dass ich einfach mal drauf reinfalle letztendlich wo ich da wohl noch berührt von oben hallo vielleicht sollte ich nicht so viel rumspielen sondern einfach mal das machen was ich hier machen soll und das ist mario spielen irgendwie will ich das grad nicht so wirklich habe ich das gefühl ich bin durch den durchgefallen ich bin schon wieder durch den durchgefallen geht doch diese millionen an fallenden stacheln ist auch ziemlich irritierend wie ich finde wie soll ich den denn machen wie soll ich den denn machen so der krass denn kommst du her danke chuck gehst du weg bitte chuck geh weg und lass mich durch knappe angelegenheit aber machbar 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 okay okay geschafft das war ein sehr kurzes level grasland collect 50 münzen 246 und der zähler steht auch wieder auf null sehr gut acht hier braun p-switch p-switch 19 11 12 13 14 16 18 da brauche ich einen silbernen p-switch 22 oh nein mit panzer wieder hoch das ist mir definitiv lieber da links noch was nein da ist nichts versteckt p-switch in blau brauchte ich für die paar blöcke da hinten wenn ich mir gerade überlege ich könnte rein theoretisch was machen aber das wäre so total umständlich deswegen lasse ich es glaube ich lieber so wir gehen zurück was natürlich jay das denn gerade hingekriegt kriegt das noch mal hin nein egal auf jeden fall war ich könnte mir die kompletten panzer aus diesem level zusammentragen da es anscheinend auch noch einen fick dich silbernen p-switch gibt da würde ich einfach alle panzer nebeneinander legen und für jeden panzer bekäme ich eine münze das wäre total umständlich und mehr arbeit als spaß aber es legt mich wäre halt möglich das zu tun ist wie gesagt umständlich und ich rotz gerade hier rum mit meinem talent das geht gar nicht so hepp sagte hepp danke mario baby so dumm 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 hier lang und hier lang und hier unten lang diesmal will ich wissen was hier unten ist hier unten ist der silberne den ich meinte seh ich so hier münze gucken ob ich es nach einer zeit schaffe 32 33 36 38 38 38 jetzt will ich hoffen dass es gereicht hat da denk das macht keinen sinn dass ich da reinfalle dass ich da durchfalle das ganze spiel macht nicht wirklich sinn egal so dann jetzt der mit was ist da oben noch ich bin misstrauisch da oben ist nichts mehr lekkitu lekkitu noch ein lekkitu ok ich habe sogar zu viele münzen gesammelt auch cool die höhle dub 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 ich geh in die höhle ähm 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 was ist los was ist los nein nicht so ein level diese level sind so scheiße und unfair da kann man irgendwo einen fehler gemacht haben und man ist tot ok ok und sprung 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 vor allem ist es kreativ wenn man so das was chomscast wow das war kurz so kurz dass ich das zweite schloss noch locker misstrauisch nein 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 keine chain chomps nein nicht ein ganzes chain chomps schloss jetzt haben wir noch viel ach Gott viel schlimmer viel viel schlimm mehr ja aber wieso war's von dieser stachel ist mir sympathisch dieser stachel ist mir sehr sympathisch der ist mir sowas von sympathisch ja der gefällt mir der stachel ist cool der tötet mich nicht der solche stachel hätte ich überall gebrauchen können in kaizo in marios masochistic mission also die hätte ich gerne gesehen immer und immer wieder hätte ich die gerne gesehen da 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 hier rüber Okay, wie trickt sich den aus? Ich weiß, die können nur auf einer vertikalen Linie. Minimal könnte er mich also hier erwischen. Wäre ich jetzt tiefer, könnte er mich nicht mehr kriegen. Das liegt im Programm. So, hier runter. Und er scrollt. Oh. Ich finde es total unkreativ, einfach immer wieder denselben Gegner hier reinzupacken. Und dann zu denken, hey, das ist ein cooles Level. Yeah, baby! Ich bin so geil. Look at my Hexor-Skills. Das ist gar nicht so. Ich wünsche mir ein wenig mehr Abwechslung. Ich meine, das sind gute 20 bis 30 Chain Chumps in diesem Level. Wer weiß, wie lange das noch geht. Also 30 kommen bestimmt hin. Und das ist einfach langweilig. Da muss ich jetzt mal Kritik aussprechen. Das ist lang. Ja, wirklich. Genauso bisher. Ein Level voller Goombas, ein anderes voller Chucks. Das ist einfach nur öde. Und das war nicht schwer. So, aber dann mache ich jetzt hier einen Blick auf Welt 3. Blasted Lance! Wieder Pause. Bis zum nächsten Mal. einen riesig ist zum traspassation. Ja, ich sehe die Zeit. es einen besonderen plats. Untertitelung des ZDF, 2020